Hallo und herzlich willkommen zurück bei VarioLand. Let's play VarioLand. Und hier ist gerade ein Gegner. Na verdammt! Warum müssen da oben diese komischen Teile gewesen sein? Stirb. Wir sind hier gerade übrigens in einer Level, wo am Ende ein Boss auf mich warten soll. Aber hier ist sogar auch ein Schatz, was ich schön finde. So, erstmal alles schön kaputt machen. Vielleicht ist hier irgendwo der Schlüssel versteckt. Du darfst sterben. Ah, ich sehe schon, der Schlüssel wird schön versteckt sein. Oh, da ist er schon. Ich dachte, ich brauche jetzt länger mit dem Suchen. Ja, ich habe ihn. Und wieder runter. Und hier, da war er schon. Perfekt. Zack. Ein Football? Ist das echt ein Football oder was soll das darstellen? Egal. Es ist auf jeden Fall wertvoll. So, jetzt gehe ich weiter. Dann hoffe ich, dass ich auch bald auf den Boss... ...auf den... ...beinen Boss lande. Ja. Ja! Dank der Gegner, verschwinde! Hä? Hier geht's bestimmt zum Boss. Weiter... ...weiter hochklettern. Und? Boss time? Boss time! Ein größer Papagei? Ei, 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 ei. Ah, okay. Die kann ich... Die muss ich... Damit muss ich... Damit muss ich ihn bewerfen. Ja. Gib mir doch mal was, womit ich was anfangen kann. Aha. Aha! Bitte sehr. Bitte sehr. Verdammt. Jetzt aber! Erledigt! Münzen! Tada, Münzen! Ich will alle Münzen haben! Yeah! 294 Münzen und... Piratenschiff-Belt geschafft! Beziehungsweise die SST-Kabel-Belt! Ah! Ich mag diese Musik! Und weiter! Warum fliege ich jetzt weg? Ah! Verdammt. Hier bin ich jetzt gefangen. Ich kann jetzt die Welt nicht verlassen. Was ich allerdings jetzt nicht ganz so schlimm finde. Na, gehen wir erst mal hier. Irgendwie werde ich wohl noch einen Weg finden. Kann ich eigentlich hier wieder durch? Ah, so kann ich die Welt... Die Level wieder verlassen. Okay. Hep. Das... Wow. Stachelkugel. Die Bäume würde ich gerne sehen. Wo diese... Wo die... Wo die wohl wachsen. Ah! Verschwinde, du komischer Geist! Ich will nichts von dir. Und diese Kugel mag ich nicht. Mag... Komm her! Und... Verschwinde! Ist hier irgendwo was? Ah! Ah, verdammt! Nicht schön. Ist hier irgendwas? Ja, ich bin wieder groß! Ah, hier ist nur der Checkpoint. Den brauche ich jetzt nicht. Eieieieieieieiei! Ah! Nein! Verdammt, ich bin zu tief geschwommen. Verdammt! Warum mache ich eigentlich nie den Checkpoint? Verdammt, ich bin zu geistig! Ah! Hier ist wieder die Checkpoint von vorn! Ah! Wie nervig! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Tschüss! Der Geist! Der Geist geht mir auf den Geist! Ah! Ja! Na, komm her! Und verschwinde! Danke! Du! Au! Eieieieieiei! Achso! Gut rüber gesprungen! Verschwinde, du komische Eisenkugel! Da war ja wieder der Checkpoint! Die ich jetzt nicht mache! Diesmal mache ich das anders hier! So! Ja, 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 ja! Das war auch schon wieder knapp! Tschüss! Ja! Meine Lieblingsfähigkeit wieder! Kann ich einfach nicht liegen lassen! Und weiter und weiter und weiter und weiter! Ach! Verdammte Eisenkugel! Verschwinde! Und weiter! Irgendwie noch was? Ja, eine Eisenkugel! Aber sonst hat hier nichts zu sein! So! Ich bin immer noch ein bisschen müde! Okay! Schienen wieder! Ja, da ist wieder die Lore! Hm! Sieht bisher noch nichts so gefährlich aus! Die Frügel nerven nur ein bisschen! Aber sonst ist die Level noch bisher ganz einfach! Und gleich sterbe ich! Wegen einer Verschuldung! Tschüss! Hey! Tschüss! Verschwinde! Tschüss! Yeah! Ach! Nur ein Herz! Egal! Mehr brauche ich eigentlich noch nicht! Ach! Die Dinger stören mich gar nicht hier! Hm? Ein Switch? Okay, dann drücken wir den mal! Yeah! Ah! Das ganze Wasser fällt raus! Und da ist ein Loch! Und da ist ein Loch! Damit kann ich die Level auch wieder verlassen! Äh, ich meine die Welt! Yeah! Lass mich hier aber gerne wissen, ist hier auch noch Wasser? Das dürfte ja die Level etwas schwieriger gemacht haben! Die Musik hat sich auch verändert! Die Musik hat sich auch noch ein Schatz versteckt! Die Musik hat sich auch noch ein Schatz versteckt! Waren die etwa unter Wasser? Ah! Hier ist auch sogar ein Schatz versteckt! Sehr gut! Tschüss! Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Schatz? Ich meine, und wo ist auch die Tür? Ich frage mich echt, ob dieser ein Gegner die ganze Zeit unter Wasser war! Ich habe ihn mit dem Schlüssel besiegt! Ich habe ihn mit dem Schlüssel besiegt! Der Schlüssel ist genauso stark wie der Schlüsselschwert! Ah! Ah, okay, so geht es natürlich auch! Einfach einen Stern gefunden, dann kann man einfach durchwenden! Ich habe ihn mit dem Schlüssel geschehen, wenn ich das nicht so mache! Tschüss! Ist hier noch irgendwas? Das sieht aber nicht so aus! Verdammt! Wo ist es denn? Ah! Tschüss! So! Ich mache jetzt mal einen Schnitt! Und wir sehen uns beim nächsten Part von Wario Land! Bis dann! Hm! type Jet Ach so! Genau! Untertitelung des ZDF, 2020